Herzlich willkommen zur kuscheligsten Folge, Dirk und Klaus für Nüsse. Hallöchen, auch von meiner Seite. Der andere geht immer weg. Von meiner Seite von für Nüsse mit... Dirk und Klaus. Und wenn Dirk sagt von meiner Seite, dann ist es quasi auch meine Seite, weil wir uns heute eine Seite teilen. Zum Glück sind draußen kuschelige 69 Grad. Ich muss aber auch direkt immer von... Ich kann nicht von der Seite sprechen. Wir müssen ja oft immer mit dieser Kussnähe kommen. Wir können so ein bisschen von der Seite sprechen. Wir sind echt, also wir sind eine Bifi-Länge entfernt, aber jetzt nicht in der Länge, sondern Bifi-Breite. Wir haben keine andere Wahl. Es ist eines der Mikrofone. Macht Probleme, was soll man tun? Ja gut, wie alt war das? Anderthalb Jahre. Und das war ja bestimmt auch eins von diesen teuren wahrscheinlich, oder? Also 100 Euro hat das schon gekostet. Ich finde das schon teuer. Schade. Wann hast du das letzte Mal genutzt? Das funktionierte am Wochenende noch. Okay. Aber Hitze, meinst du irgendwas mit Hitze? Wenn es kaputt geht, geht es kaputt. Ja, das könnt ihr euch mal auf eurer Küchenhand so sticken. So Sachen gehen ja nicht langsam kaputt, sondern dann... Ja. Oh Gott, ist das komisch, ey. Ich versuche die ganze Zeit aber nicht in dein Gesicht zu schaue. Heute der wärmste Tag, die wärmste Temperatur, die je in Deutschland gemessen wurde, in geilen Kirchen. Ja, 40,5 Grad. Und jetzt habe ich irgendwie vorhin noch gelesen, neben Holland, die jetzt irgendwie, also Niederlande, ihre Straßen mit Salz und Salzwasser besprühen, damit halt mehr Feuchtigkeit aus der Luft gezogen wird. Schmeckt auch besser. Ja, es schmeckt auch besser und die nicht alle aufplatzen wie heiße Würstchen, haben jetzt auch irgendwie in Österreich oder Schweiz die Bahnunternehmen ihre Gleise weiß angestrichen, beziehungsweise teilweise so ein Versuchsobjekt. Okay. Teilweise meinst du? Nice. Das ist richtig unangenehm. Das ist richtig schlecht. Und in Deutschland, in Würzburg, probieren sie das jetzt auch, weil die Gleise in der Regel so schnell mal auf 70 Grad sie hitzen und dann werden die wie nudeln und machen sonst was für Wege. Und das bringt dann ja wohl Millionen Schäden. Aber optisch vielleicht ganz geil. Ja, also ich meine, es ist, wenn du, überleg mal, wie das sich auswirkt auf die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. So, ja. Nach der WDR. Ja. Und außerdem hat doch Deutsche Bahn letztens gesagt, dass sie sich jetzt von Glyphosat verabschieden wollen als größter Abnehmer Deutschlands. Aber dann vielleicht hin zu bleihaltiger Farbe. So, wenn es regnet oder so. Glow in the dark Farben. Glyphosphat statt Glyphosat. Nice. Und das auch immer so ein bisschen abblättert, dass die ganzen Züge dann halt auch so eine glühenden oder leuchtenden, wie sagt man, Räder, was sagt man denn? Ich glaube schon, Räder. Ja. Das wäre aber schon ganz geil. Ich glaube, dann würden diese Trainspotter sich erhöhen, verdoppeln. Ich habe ja letztens ein paar gesehen. Ich glaube, immer, wenn es so eine kleine Masse ist, dann ist es ja schon wieder vertretbar. Aber ich finde es halt irgendwie total spooky, sich bei Zügen, also beim Flugzeug, Flughäfen, da kenne ich halt so diese Kombination, dass man einerseits so einfach nur da dieses Start-Lande-Ding gerne sieht oder vielleicht das romantisiert oder sowas. Und dann halt noch die, ich weiß nicht, wie die heißen, ob die dann Planespotter heißen wahrscheinlich. Bestimmt, ja. Klingt gnadig. Aber beim Zug, da entsteht ja, außer du bist halt so ein Typ, gar nichts, oder? Also ich meine, geht dir da einer ab, wenn du siehst, ah, das ist der neue Triebwagen C-74 oder so. Also ich meine, die Lautstärke alleine, da hätte ich schon keinen Bock drauf. Also weder Züge noch Flugzeug. Vielleicht muss so ein Zugkind sein. Also ich bin ja so ein Bahnkind, das bei den Gleisen groß geworden ist und kann ja gut einpennen bei so regelmäßigen. So, das finde ich ja ganz entspannt. Aber, ey, weiß nicht. Zumal man dann immer irgendwas Komisches assoziiert. Das sind ja meist dann so eine Fernabfeldwege, wo so ein kleines Stück Waldgebiet ist. Und wenn dann jemand da steht und so, ja, ich beobachte Züge, denkst du, ja, genau, du hast gerade jemand vergraben, Freund. Du hast nicht Zug angeschaut. Schön mit so einem Feldstecher irgendwo im Walde liegen. Mit gerade Situationstour in der Hand und macht seine Hände sauber. Ja, ich musste vorhin an die Folge denken, die du, also als du die Frage gestellt hast, weiß ich nicht, Anfang diesen Jahres oder als es wärmer wurde oder war das letztes Jahr, wie wir mit der Hitze klarkommen? Das war, glaube ich, Ende der ersten. Okay, also lächerlich damals, wenn wir jetzt das vergleichen. Vor allem ist es ja die zweite Hitzewelle dieses Jahr. Stimmt, ja. Wir hatten jetzt mal so eine Woche Entlastung oder so zwei, drei Wochen Entlastung, so einen normalen Sommer. Und jetzt geht es wieder los mit über 30 Grad und auch bis nächsten Dienstag irgendwie noch über 30 Grad bei mir in der Wetter-App angezeigt. Ja, also auch dieses Kontinuierliche. Ich habe letztens vom Deutschen Wetterdienst so einen Typen, der wurde interviewt, der meint, ist 62 Jahre alt und hat das während der ganzen, also arbeitet seit 30 Jahren da irgendwie, noch nie erlebt. Also war ja immer gerne von hier Verschwörungstheoretikern oder... Jetzt ist mal eine Woche heiß und schon ist ja wieder Hitze-Dilemma und alle drehen durch. Ja, gefährlich sind halt immer diese Aussagen, wie es gab schon früher solche heißen Tage, weil du brauchst dann keine wissenschaftliche Verifizierung, weil das stimmt. Aber es ist halt auch so ein Zusammenhang gegriffen, weil es gab halt noch nie so viel am Stück von Hitzewellen wie jetzt. Und die sind dann ganz klar halt Menschen gemacht. Aber es ist halt keine Falschaussage zu sagen, von wegen früher gab es halt auch schon heiße Tage, die noch heißer waren als jetzt. Und das ist so, ja, aber... Ja, da hattest du mal einen Tag 38 Grad im Sommer. Ja. Ja, das ist halt dann immer so, wenn man sich halt irgendwelche Statistiken so zerpflückt und dann immer nur so ein Teil rausnimmt, was ja unheimlich oft passiert, gerne für große Schlagzeilen. Und dann stehst du halt da. Auf jeden Fall eine schmelzende Temperatur, andere Neuigkeit des Tages. Rutger Hauer ist verstorben. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Und der ist, okay, ich habe ihn jetzt zum Schluss nicht mehr verfolgt, aber der ist ja, was war es, gebürtiger Schwede oder Niederländer? Niederländer. Ja, und der ist ja zu Hause. Also ich wusste gar nicht, dass er zu Hause war. Also lange. Und es wurde schon beigesetzt und im niederländischen Friesland irgendwie für seine letzte Zeit verbracht. Also ich musste halt vor allem an seinen Abschlussmonolog bei Knock on a Heaven's Door denken. Ja, in Heaven, they all talk about. Und grüßeligerweise hat er wohl, also es ist ja bekannt geworden mit Blade Runner und ist in dem Jahr gestorben, in dem Blade Runner spielte das Original oder so. Also ich stand bei ARD von wegen 2019 ist wohl das Thema da. Oder er ist ja, glaube ich, so ein Roboter, ne? Ist ja kein... Ja, ein Replikant, ja. Ja, also Menschmaschine, eine Art Android. Ja. Ich glaube, ich habe das Remake... Du hast das Remake gesehen, ne? Ich habe beide gesehen. Ja. Und ich habe das Original seit ewig her und das Remake habe ich nicht gesehen. Der ist ziemlich gut. Das hast du dir damals erzählt. Ja, da musste ich halt dran denken, was sie meinten von wegen, dass er... Also ich meine, es spielt 2014. Okay. ARD, ne? Obwohl, nee, nee, 2019 kommt hin, ja. Der neue Spiel, 30 Jahre danach. 2049, ja. Hat er da auch mitgespielt? Nein. Nee. Okay. Nein, also von der Originalkast ist nur Harrison Ford dabei. Selbstverständlich. Auch sein Love Interest von damals, die wurde nur digital repliziert. Also die Schauspielerin spielt nicht mit und ist im... Im Film auf ominöse Art und Weise verstauben. Ah ja, okay. Ja, wie gesagt, also lohnenswerter Film. Ja. Wie heißt nochmal der Hollywood-Schauspieler, der bei House of Cards gespielt hat und dann... Kevin Spacey. Genau. Ja, da wurde jetzt ja hier sein... Oder kam es überhaupt zu einem Urteilsspruch oder der Fall wurde niedergelegt wegen Mangel an Beweisen, weil... Ja, irgendein Telefon ist auf ominöse Art und Weise verschwunden. Genau. Ja, und ich glaube, der Kläger hat dann auch irgendwann nicht mal aussagen wollen oder... Ja. Also ich möchte nicht wissen, was... Klingt nach House of Cards. Ja. Da möchte ich wissen, was da halt für ein Druck passiert ist und gesagt, Alter, ich... Aber ich habe gedacht, das Ding ist doch... Also ich meine, das ist halt erst einmal passiert und dann... Also bei ihm würde ich sagen, im Vergleich zu... Hier, wie heißt der, der deutsche Typ, der wegen Vergewaltigung der Wetter-Typ... Kachelmann. Ja, der wurde ja... Also da war ja das Ergebnis von wegen hier falsch und bla und sowas und dann hat er ja dann auch die Bild verklagt und auch gewonnen und war wohl seit Ewigkeiten noch nie so eine hohe Auszahlung in jemanden. Aber trotzdem, seine Reputation war ja dahin. Eher eben, der ist halt jetzt so ein bisschen independent unterwegs. Ja, also genau, hat ja seine eigene Wetter-Kachelmann-Seite und versucht so ein bisschen zu kämpfen und jeden, glaube ich, auch nochmal zu ficken, der ihn irgendwie damals so bloßgestellt hat. Aber das ist, glaube ich... Also trotzdem kommst du nie wieder aufs... Also richtig... Ja, ich meine, zumal es bei Kevin Spacey ja eigentlich bekannt ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, genau. Also da, glaube ich, halt einfach, das Ding ist durch. Also abseits der Klage waren das halt eigentlich ein bisschen wie bei, wie heißt der mal, dieser fette Hollywood-Produzent, Harvey Weinstein. Ja. War das mehr oder weniger ein offenes Industriegeheimnis, dass Kevin Spacey da... Also nicht nur... Er hat ja auch nie was verlauten lassen, dass er homosexuell ist. Ja. Und dass da irgendwie sehr ominöse Dinge mit jungen Leuten von der Cast laufen, zumal der halt generell auch immer als Arschloch bekannt war. Und man kann sich ja vorstellen, wie die Verlängerung davon... Wirkt jetzt auch gar nicht so schwer, sich das vorzustellen. Nee, überhaupt nicht. Also diese komischen Kevin Spacey Acting School-Dinger-Videos sind immer alle ziemlich... War er eigentlich der Einzige, der sowas Bizarres gemacht hat? Also ich meine, wahrscheinlich viele, aber in diesem Stil? Äh, ich muss noch ganz kurz... Nee, ähm... Oh Gott, das berührt doch mein Bein. So, bevor wir uns von letzter Woche hören. Ähm, nee, diese Kurse gibt es mit ziemlich vielen Leuten. Also wie hieß das? Also es hat nicht Kevin Spacey ins Leben gerufen, sondern er war halt einer der Dozenten oder so. Also es geht um, äh, mehr oder weniger ums ganze Segment Film. Also es ist so eine Art Online-Filmschule. Du kannst auch, ähm... Ich hatte eigentlich mal Lust, mir die Sachen anzusehen, die halt so komplett, äh, fachfremd sind. So, ähm, Hans Zimmer unterrichtet, ähm, Filmscores. Und so, das fände ich halt super interessant. Also einfach, weil ich, äh, ja, also war es halt wirklich komplett was, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Äh, aber mich interessiert es halt total, wie jemand das halt schafft irgendwie. Auch, und Hans Zimmer schafft ja wirklich halt so, ähm, Filmmusik, an die man sich Jahre, Jahrzehnte später noch erinnert. Äh, das stimmt. Oder mit denen halt so Trends losbricht, wie das klassische Inception. War Inception nicht ein, ein Lied in tausend Variationen mit langen... Ja, das ist, äh, das ist alles Gönnere Gretel, ja. Ah, okay. In verschiedenen Tempi, ja. Ja, das war schön. Oder auch bei Dunkirk, das ist ja auch dieses, dieses Ticken. Okay, das habe ich damals mit dir im Kino. Hast du noch mal gesehen? Äh, nee. Okay. Obwohl es auf Netflix ist, ja. Ja, ja, genau. Aber ich habe halt gedacht, wir haben damals schon gesagt, das ist ein Kinofilm. Äh, ja. Und ich glaube, du musst dich so zwingen, diese Stimmung die ganze Zeit zuzulassen und im Kino, da waren wir ja schon so rubbelig und immer hin und her und dachten, oh mein Gott, aber wir hatten halt keine Ablenkung. Ich glaube, zu Hause hast du halt einfach Millionen Sachen, wo du denkst, okay, finde ich jetzt ganz krass. Kurz Pause. Ja, genau. Und das würde es kaputt machen. Du sollst ja dieses schwere Gefühl zum Schluss raustragen. Du sollst ja nicht sagen, guter Film. Echt nice. Apropos der letzte Adam, nicht Adam Driver, Drive heißt der Film, der Film von Edgar Wright, der letzte Film. Edgar Wright, Shaun of the Dead. Ja, ja, ja. Aber ich dachte, Drive wäre schon oder ist das Driven, was ich im Kopf habe? Nee, Baby Driver. Ah, okay. Den habe ich übrigens letztes erst gesehen. Das ist auch ganz cool. Ja, ich mag den auch total gerne. Ich glaube, der ging auch ein bisschen unter, weil das war gerade in der Kevin Spacey-Zeit und Kevin Spacey spielt ja mit. Ja, ja. Und ich glaube, da ist halt irgendwie viel von den Möglichkeiten, den Film zu vermarkten, einfach wirklich komplett den Bach runtergegangen. Ja, aber es war für mich auch damals wieder die Sache, wie man einen Trailer präsentiert. Und das war halt im klassischen Action-Stil. Ja, ja, ja. Und der hat halt einfach mehr mehr Kunst. So, also der hat ja unheimlich, der Typ bewegt sich ja unheimlich musisch, tänzerisch. Im Trailer wirkt es auch viel lustiger, als es ist. Also ich hätte als ich den, als ich, Edgar Wright macht ja eh eigentlich eher Komödien. Und ich hatte beim Trailer, hatte ich erwartet, dass eine Komödie kommt. Ja. Und das ist es ja wirklich fast gar nicht. Aber, also zum Beispiel, was ich genommen hätte, was diesen Film nicht weiter irgendwie verraten hätte, es gibt unheimlich viele Choreografien. So. Und die sind total schön, weil er sich halt wirklich, ich glaube, der hat halt auch irgendwie tanzt in seiner Geschichte so ein bisschen drin. Bewegt sich halt unheimlich gut. Und das hätte ich halt irgendwie genutzt, dass man sagt, von wegen, das ist halt einfach ein Stil, den es noch nicht gab. Ja, es ist es ja mehr oder weniger ein Musical, ohne dass jemand singt. Ja, und ich hasse ja Musicals. Ja, genau. Aber es trifft halt genau die Sachen. Keiner singt, aber trotzdem hast du die ganze Zeit Musik und eine Choreografie darauf. Ja. Also man sieht es halt ganz deutlich an dieser Sequenz, wo er Kaffee holt, was so ein bisschen ist wie John Travolta am Anfang von Stayin' Alive. Ja. Wo die Kamera eben die ganze Zeit folgt, wir haben diesen und hat so eine super koordinierte Longshow. Ja, also Wahnsinn. Wie das halt alles mittanzt. Aber teilweise halt auch irgendwann als, ich weiß nicht, ob es eine Bank ist oder sowas, wo er im Wagen sitzt und sieht die Bankangestellte, mit der er schon mal gesprochen hat und schüttelt so einen Kopf von wegen, geh nicht rein. Ja. Und sie schnallt, es geht zurück, holt immerweise ab Polizei und dann wird geschossen. Wird immer auf den Beat geschossen. So. Ja. Und die fallen und stürzen und rennen auch immer auf die Musik. Und das ist halt richtige... Ah! Echt krass. Ja, also wirklich sehr, 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 sehr guter Film. Die haben auch, um das so zu schneiden, hatten die halt immer so ein so ein Rollwagen mit einem Computer drauf und Hardware und haben immer direkt am Set geschaut, ob die Aufnahmen auf den Beat passen. Ach, okay. Ich hätte jetzt gedacht, die hätten auf jeden Fall die irgendwie Beat laufen lassen, dass die... Ja. Naja, aber ja trotzdem mit Autos und so. Ja. Also wahrscheinlich haben sie die ganze Zeit den Beat rausgedröhnt, aber das reicht ja nicht, um das 100% sagen zu können. Und halt wirklich dann immer sofort ins Material reingeschaut, um zu gucken, ob das so koordiniert passt. Also was für ein Aufwand. Ja. Ja. Was für ein Scheiß. Ja. Ja. Ja, ich komme mal zur Frage, wie diese Folge hier schnell hinter uns bringt. Ja, ich weiß jetzt. Bringt. Zeit ist Zeit, ne? Da kannst du jetzt... Ja, aber wir sitzen hier schon in... Äh, es ist zu warm dafür. Äh, pass auf. Dirk, wir machen ja manchmal Sachen... Ja, ich höre. Klaus? Äh, wo wir Sachen so ein bisschen oft aufschieben. Das hier ist gut und danach ist es scheiße, oder was? Wenn es rot wird, ist es scheiße. Also das ist doch okay. Dirk schaut zum ersten Mal aufs Interface. Hier, das ist das Schlecht. Ja, das ging auch noch. Zweig. Das sagt er jetzt, aber keiner kann sehen. Ähm, so. Sachen bis zur letzten Sekunde aufschieben. Jetzt haben wir eine Möglichkeit, ja. Wir haben in 45 Minuten haben wir ein Treffen mit ein paar Angel-Investors. Das sind Angel-Investors? Das sind so Venture-Kapitalisten-Douchebags, die in Start-ups investieren. Ah, hier so wie dein Liebling. Mit der Brille. Der ehemalige Skateboard-Profi. Genau, genau, genau. Und Maschmeyer. Och, ja. Ich meine, sowas hatten wir ja schon. Ja, aber jetzt geht es darum, dass wir ein Start-up präsentieren müssen. In 45 Minuten. Und wir müssen unter der Prämisse, wir können das nicht einfach verkaufen. Also wir sollen Pitch präsentieren. Ja, genau. Aber wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet. Gut. Zeit läuft, 44 Minuten 30. Und wir müssen auch ein bis zwei Jahre in dem Unternehmen arbeiten. Also es kann nicht sein, dass wir... Welche Position denn? Ach, CEOs. Also irgendwie sowas, wo man eh die ganze Zeit mit dem E-Scooter durch irgendwelche Hallen fährt. Ja, aber trotzdem kann es nicht sein, was wir absolut hassen würden. Sonst hängen wir uns nach sechs Monaten auf. Es sollte was sein, was wir hassen würden? Nee, eben nicht. Ach so. Aber es soll neu innovativ sein? Ja. Also wahrscheinlich irgendeine App-Scheiße oder was? Wahrscheinlich. Was haben wir denn? Was brauchen die Menschen? Was war jetzt nochmal die Frage, wie können wir oder wie sieht unser Pitch in 45 Minuten aus oder was? Das ist unser Start-up in 45 Minuten. Ach so, also okay. Also wir machen das nicht für, sondern wir sind das Unternehmen. Wir pitchen uns. Oder beziehungsweise wie im, weiß nicht, wer ist das? Hülle der Löwen pitchen wir. Oder im Shark Tank. Wir pitchen unsere Idee für eine kommende Firma. Ja. Und wir sind aber noch keine Firma. Nein, wir wollten es vorbereiten, aber wir haben uns nur den... Das gibt es ja ganz selten. Also es gibt oft diese Jungs, die dann um mich jetzt hier stehen und dann wird immer gesagt von, weiß nicht, Mr. Nice Guy oder wie er heißt, Alter, das ist nur eine Idee. Ihr habt doch nicht mal ein Produkt. Kommt wieder, ist eine gute Idee. Kommt wieder, wenn ihr es habt oder so. Aber das gibt es oft. Ich glaube, das ist so eine Kneipensache, dass du sagst, Alter, wir könnten zusammen doch mal sowas machen. Das ist auch, also ich meine Ideen halt, wie bei allen Sachen, Ideen sind nicht das Problem. Das ist ja immer, wenn Leute dann so Autoren berichten, das gerne mal, dass Leute sich ständig mit, ey, ich habe eine super Idee für einen Film oder ich habe eine super Idee für ein Buch ansprechen. Ja, die Ideen habe ich auch. Aber es ist die Arbeitszeit und die Ausführung. Ja, das ist halt zum Beispiel, wir haben ja öfter mal Leerzeiten oder sowas. Und dann bewundere ich halt immer die Leute, die dann sagen, okay, ich habe nicht nur eine Idee, sondern ich schreibe ein Buch und ich setze das um. Also wenn Simone so etwas macht, wo ich denke, ich brauche das auch ein bisschen, weil ich dann immer dachte, ja, okay, dann machen das für alle, dann muss ich mal gucken, ob ich das auch hinkriege. Aber ich bin das halt nicht. Und das finde ich halt total bemerkens, wenn das jemand so ist. Aber dann muss man halt eine Fokus auf irgendwas anderes legen. Aber gut, das ist ja gar nicht die Frage hier. Also ich kann ja mal sagen, wie gesagt, was halt bei Apps uns helfen würde, ist, dass das halt wirklich ein Start-up im eigentlichen Sinne ist. Also skalierbar. Ja, das heißt, wir brauchen nur eine Infrastruktur und ob unsere App von zehn Leuten oder von einer Million genutzt wird, ist egal. Ja, okay. Also das, wie gesagt, es muss keine App sein, aber es hilft uns natürlich. Ich finde ja geil, wenn es irgendwas Greifbares wäre. Ein Produkt. Ja, wie zum Beispiel, wie hier ist denn dieser Pimmel, der halt auch enorm viel verdient hat. Der war halt auch im Shark Tank und der hat so ein Magnetclip entwickelt, den du dir halt quasi eine Seite auf das T-Shirt oder auf das Textil und andere Seite unter und das halt nur so ein kleiner Haken, wo du deine Brille einhängen kannst. Und den Scheiß, ich meine, natürlich war das halt irgendwie patentiert, aber nur für Mittelamerika oder sowas und wurde dann x-fach kopiert in Europa, Asien etc. Aber in Amerika hat er halt dann irgendwie Millionen gemacht und hat halt nur das Ding präsentiert und hat halt einfach nur die Infrastruktur der Haie gebraucht, um das Größte zu machen. Er hatte halt schon das Produkt, aber hat halt nur so irgendwie tausend Dinger verkauft. War halt super, aber der hatte so gar keinen Plan vom Verkaufen. Das war so ein Tüftler, hat immer irgendwie irgendwas zu Hause gelötet, geschweißt und dachte, oh, die Brille und ich mag das nicht mit diesen komischen, so. Und dann hat er halt sowas gemacht. Dann habe ich gesagt, sowas finde ich halt geil, wenn man sowas anfassen kann. Also wahrscheinlich, weil ich Episodistanz. Ein Problem mit den Sachen, die man anfassen kann, ist auf jeden Fall, da gab es neulich von Wörlschen einen Bericht. Sobald du das machst, nimmt irgendeine asiatische Firma das auseinander und stellt es günstiger her als du. Ich meine, du solltest es ja mit Patent präsentieren. Vollkommen egal. Also du meinst von wegen, dass der Patentstreit so lang ist, in der Zeit haben die schon Millionen gemacht. Genau. Erstens das. Zweitens, du müsstest ja superpräzise sein dafür und die Anmeldung im Patentamt, also zumindest in den USA, hast du da jahrelange Wartezeiten. Okay. Also da hast du... Ich meine, wie ist denn das bei App, wenn du sagst von wegen, diese App kann das und das, dann kann doch auch irgendwie Japan oder irgendwer sagen, unsere App kann auch das und das. Ja, aber du brauchst den Vorsprung vor den Leuten, dass du schon die Nutzerzahlen hast. Ja. Die Leute wechseln nicht mehr. Ich meine, deine Quizshow damals, das haben da auch tausend Leute kopiert. Ja, aber wir waren ja selber nur eine Kopie. Ach so, ich dachte, ihr werdet das Original gewesen aus Amerika. sobald das Original dann auf den Markt kam. und deswegen ging das nach hinten los? Ja, ach so. Unter anderem, also, da gab es viele Baustellen. Aber das war auch doch wie zart viel Geld am Start, oder? Ja, klar. Also wo da Geldgeber da waren für, ey, ihr macht jetzt eine Live-Quiz-App in verschiedenen Sprachen, die Leute können halt einen Lutz verdienen, aber sind halt irgendwie permanent bei euch dran. Und wir schütten euch zu mit Geld, dass ihr die Leute bespaßt, so live. Dass ihr deren Daten klaut. Naja, also... Klaut ihre Daten. Aber ich meine, ich glaube, das ist halt, das ist so, vielleicht so diese Richtung, dass halt irgendeine App, aber irgendwas mit live. So, weil die alle, die meisten Apps, die genutzt werden, sind halt abrufbar und sind quasi vorgefertigt oder es sucht halt ein GPS irgendwas oder so. Aber irgendwas, was Menschen in dem Moment halt dann sagen, okay, hier sind zwei dabei oder hier sind 200 dabei, aber wir machen es jetzt. Ja, okay, okay, ja, live finde ich schon mal gut. Gut, da denke ich natürlich gleich an, Sex, klar. Okay, ja. Der rückt ein bisschen weiter weg. Ich sehe halt nur deinen Fensterreiniger und dann, was soll ich machen? Fensterreiniger und Pflanzen. Ja, und hier deine Fruit Loops. Killer-Kombo. Was liegt denn da? Ach, diese Abführringe. Abführringe. Es gibt in der wie heißt die Show, die Seinfeld-Nachfolge Curb Your Enthusiasm, da gibt es in der Folge, in der es um die Seinfeld-Reunion geht, ist George Millionär geworden, auch mit einer App, mit einer App, die dir die nächste zur Verfügung stehende öffentliche Toilette anzeigt. Gibt es sowas? Leute können die Sauberkeit bewerben. Ach, geil. Nur mal um. Obwohl hier hinten beim Laufen auf Halbinsel, da warst du ja schon ein paar Mal drauf. Ja, die ist gut. Da gibt es ja noch eine. Vier Sterne. Ist die wirklich sauber? Ja, total. Es gibt ja halt auch diese, die ich total geil finde, wo du drinnen bist, die sind komplett gefließt und weißt von wegen, wenn du rausgehst, dann wird nicht die Toilette gereinigt, sondern das Ding wird gereinigt. Also ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Aber die sind ja in der Regel kostenpflichtig und die Halbinsel kostet ja nichts. Ach so, okay. Also eine Gratis-Park-Toilette in Berlin und wirklich in einem sauberen Zustand. Ja, eben. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach der Ort da, ne? Ja, also am Triptoer-Park gibt es auch welche, aber die sind halt auch kostenpflichtig. Ja. Ich glaube, zwei Häuser sind verteilt. Und wenn die umsonst wäre, dann würde wahrscheinlich schon jemand dran wohnen. Ja. Oder du hast halt so das übliche Ding, das einfach halt so einen riesen Kackhaufen auf dich wartet, wenn du reinkommst. Der große Kackhaufen von Friedrichshain. Ist ja wahrscheinlich Friedrichshain selber, ne? Ja, okay. Okay, irgendwas live, epiges. Was ist denn? Wirst du Trends oder willst du so ein Classic, so ein Evergreen? Was hast du denn als Evergreen anzunehmen? Nein, ich meine, ich habe so gedacht, so was du vorhin meintest, wir haben vorhin über Wetter geredet, Wetter-App, die sind als App, glaube ich, so eine Sachen, das wird halt immer da sein. Aber wenn du jetzt so etwas sagst, wie, keine Ahnung, wo ist der nächste E-Scooter? E-Scooter, glaube ich, sind irgendwann tot. Also können wir dir vorstellen, wenn ich jetzt das in Paris sehe, wie die sich halt alle beschweren darüber, die alle in der Szene landen. Ja, ja. Offiziell schon sagen, raus mit denen aus der Stadt. Also ich meine, ganz viele Städte in den USA, wo das anfängt, haben das halt auch schon verboten. Ja, sowas, das meine ich halt so. Nichts Neues. Und die Dinge machen halt keinen Gewinn. Ja, du hast ja gesagt, irgendwie Halbwertszeit von 28 Tagen oder sowas. Ja, genau. Und sechs Monate müssten sie fahren, um profitabel zu sein. Und auch dann müssten sie noch günstiger sein. Ja, und dann sagt man von wegen, kauft ihr jetzt kein elektrisches Fahrzeug, also kein elektrisches Auto oder was, weil frisch angeschafft ist das mit den Batterien echt fragwürdig. Aber dann ist ja jedes Nutzen von einem E-Scooter totaler Schwachsinn. Ja, vor allem die landen halt auch auf dem Müll. Also ich meine, die Fahrräder landen halt schon auf dem Müll. Und jetzt mag man sagen, naja, okay, aber das ist halt nur Metall und Gummi. Stimmt auch nicht, weil die natürlich im GPS-Sensor eine Lithium-Ionen-Batterie haben. Diese fetten Lithium-Ionen-Akkus, die jetzt auch gerne in der Spree landen. Das ist ja auch nicht so. Ja, genau. Die haben ja einen ähnlichen Trend langsam, was hier passiert. Ja, bei den E-Scootern halt auch. Und natürlich sind die halt einfach ein Problem und ein Trend. Und das ist aber genau das, weil irgendwelche Investoren halt das für ein Start-up halten. Aber das ist halt nicht skaliert. Also du hast halt keine, Instagram zum Beispiel klassische Start-up, Facebook klassische Start-up. Die haben halt ihre Server-Infrastruktur und dann haben sie halt ein paar Leute vom Service, die ein bisschen mitwachsen müssen. Facebook will jetzt Geld machen, ne? Also, habe ich letztens irgendwie gesehen. Ah, eine Krypto-Coin oder was. Mit einem Bitcoin läuft es auch gerade richtig gut. Ja, bei 9.000 irgendwas. Da hätten wir bei 11.000 verkauft. Ah, wir Idioten, hätten wir uns jetzt wieder einkaufen können. Oh, sind wir gut. Äh, nicht. Aber der ist bald bei 100.000. Dann werden wir sagen, ah, zum Glück. Also du hast ja letztens schon gesagt hier, alles ist gerade in so einem Sharing-Modus. Ja. Man kauft nicht mehr, sondern man kauft immer noch die Zugänge für eine gewisse Zeit. Ja, genau. Aber das ist die klassische Abo-Falle. Ja. Also wir alle abonnieren Netflix und hast dich gesehen. Ja, genau. Jetzt kam Disney noch dazu und hast dich gesehen. Ja, Dropbox. Also halt alle Sachen, wo du ein bisschen Speicher brauchst, zahlst du halt gleich für. Und Fernsehen tut alles dafür, es nicht zu schauen. Also deswegen ist man hier halt schon fast angewiesen. Also ich meine, und selbst dann, die Sender, das finde ich ein bisschen konträr, dass die Sender mit ihrem Drecksprogramm wirklich die Dreistlichkeit haben, ein kostenpflichtiges Online-Angebot anzubieten. Ja, obwohl es gibt jetzt Join, was ja jetzt dieser Zusammenschluss von, es gab ja mal diese 7-7-TV-App oder sowas, das war von ProSiebenSat1 Media AG, das Ding ist gefloppt. Und dann gab es einen Zusammenschluss von dieser ProSiebenSat1 Media AG, also von 7-TV und von, nicht Disney Channel, sondern, wie heißt denn der, der… Nickelodeon? Nee, dieser Doku-Channel, dieser… National Geographic? Ich glaube, auf jeden Fall irgendwie so, die haben sich zusammengeschlossen, aber wo halt auch die ganzen Billig-Dokus, so Ice Trucker und sowas. Und du kannst die halt online dann schauen und es gibt also wesentlich weniger Werbung als beispielsweise da, wo es ausgestrahlt wird, D-Max oder hast du nicht gesehen, so. Ja, und dann gibt es halt auch Eigenproduktionen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt zum Beispiel sowas wie, wie heißt denn Christian Ulms, Improvisationsding, was ich letztens gesehen habe, was richtig gruselig teilweise ist. Ich habe also nur den Trailer dafür gesehen, dachte mir schon, wenn sie schon für den Trailer keine lustigen Szenen zusammenkriegen. Er schneidet auch alles selber, ne? Er macht halt alles selber und ganz stolz gesagt von dem Ding, dass er danach sich ein halbes Jahr einsperrt und alles schneidet, beziehungsweise immer nachts. Ja, und da schläft er manchmal ein und lässt die Folge dann durchlaufen, oder wie? Das ist halt echt so krass und das Geile ist, die regen sich auch immer auf, wenn die halt irgendwelche Gast-Schauspieler da haben, weil die ja immer improvisieren und wenn dann halt, die zu viel reden. Und du weißt halt, wenn du, ich könnte mir auch vorstellen, du kriegst halt nicht einen kompletten Background von deiner Figur, dass du halt weißt, ob das halt so ein Agiler oder nicht oder sonst was ist. Und dass die Leute natürlich sagen von denen, ich habe jetzt halt hier den Freiraum und die haben halt keine Marke und ich kann halt machen, was ich will. Und dann ist es ein bisschen wie Berlin Tag und Nacht, dass jemand sagt von denen, okay, das dauert ungefähr fünf Minuten, zum Schluss musst du wütend sein und gehen. Aber alles, was da hin passiert, viel Spaß. Und das Ding ist halt auf Join drauf. Ich weiß nicht, ob das für ProSieben, auf ProSieben auch war. Aber dann gibt es halt auch irgendwie die Läusemütter, das ist eine Adaption, ich weiß nicht, ob es Englisch oder Amerikanisch oder sowas. Das habe ich gesehen, teilweise sehr schwierig, weil es deutsches Slapstick ist, dann wieder echt ganz gut. Also du merkst halt, es ist ein guter Schauspieler und es ist wie immer, die Szene wird halt vom Schlechtesten geführt. Also wenn da jemand halt total Gurke oder was Schwieriges immer, wenn jemand Comedy spielt. Also wenn jemand vergisst, dass das halt ganz klar ist, ernst, tragisch und dann, was du sagst oder was du machen musst als Figur, das ist dann Comedy und nicht von wegen, du musst halt anfangen mit einer ganz schrägen Stimme und überrascht sein. Lustig. Ja, genau. Das ist halt dann so, und dann halt auch gerne aufgefüllt die eine oder andere Rolle mit Theaterschauspielern. Oh, die haben immer Auftritte. Also Figuren kommen rein, aber Theaterschauspieler haben immer Auftritte, wo du denkst, Alter, deine Figur kommt gerade rein und fragt was. Walter, 21, 22, Applaus, da ist sie, wundervoll, was macht sie? Sie geht drei Schritte. Ich habe dich gerade was gefragt. Nein, so. Also die schreit schon im Reinkommen. Du hast dies, ja, egal. Wieso kam ich jetzt auf? Weil wir gerade bei Fernsehen waren. Ah, ja. Eine App, die dir immer passend zu deinem aktuellen Standort-Fernsehprogramm aufs Telefon streapt, ob du willst oder nicht. Es gibt auch so viele unnütze Apps, also klar gibt es viele unnütze Apps, aber so welche Apps, die ich nicht verstehe, sowas wie ganz einfach so wie die YouTube. Körperhygiene. YouTube-App. Ja. Dass du sagst, wozu öffne ich auf meinem Smartphone die YouTube-App, um dann YouTube-Videos anzuschauen, oder meinen Browser, wo ich halt alles machen kann und auch Vollbild anzuschauen. Also das verstehe ich immer nicht. Ich bin ja auch angemeldet im Browser, muss dann nicht jedes Mal anmelden. Das heißt, ich denke, wofür denn YouTube-App? Also ich benutze eher die App als... Aber warum? Du kannst Vollbild, ist ja kein Unterschied, ob den Browser nutzt oder nicht. Ja, aber ich müsste im Browser aber den Tab offen lassen und es ist zwei Klicks mehr, um auf YouTube.de zu gehen. Was? Und ich kann halt einfach... Ich weiß, es ist halt komfortabler und die Suche funktioniert halt ein bisschen einfacher. Woran liegt es eigentlich, dass... Also welche... Ich habe das jetzt gemacht, ich habe bei Join was geschaut und da gibt es halt diese Funktion bei manchen, wenn du was schaust, wenn du dann halt den Browser verlässt und irgendwas anderes, eine andere App öffnest, dann schließt sich das Fenster nicht, sondern es minimiert sich nur und läuft weiter. Und das ist halt faszinierend, aber das ist halt nicht bei jedem YouTube... Also bei YouTube ist es halt nicht, aber bei Join zum Beispiel, ja. Und dann ist das... Liegt an der HTML5-Programmierung. Das heißt, die sind dann weiter fortgeschritten oder... Ich kann doch fragen, was dein Endziel ist, ja. Dass man sagt, wenn der User rausgeht, dann möchte er nicht mehr schauen. Die anderen sagen, ja, aber wir halten es trotzdem. Ich glaube, die Logik dahinter ist... Du kannst es bei YouTube auf dem Browser ja auch machen. Da kannst du mit zwei Klicks ja auch einstellen, dass das Bild im Bild weiterläuft. Ja. Ich glaube, die Logik ist aber, dass Inhalt erst nach einer gewissen Zeit als geschaut gewertet wird. Okay, so wie bei YouTube halt auch. Ja, genau. Facebook zum Beispiel ist auch so ein Fall. Facebook oder Twitter. Da sind sogar nur so ein paar Sekunden. Und wenn du da auf ein Video klickst und weiterscrollst, läuft das Video dann als Bild im Bild weiter. Sodass halt künstlich die Zahlen nach oben gefälscht werden. Mir ist gerade eine bescheuerte Idee gekommen. Aber was wäre denn, wenn man halt sowas hätte wie, keine Ahnung, Google Maps? Und alle, die darauf registriert sind und das halt auch wollen, die siehst du gerade, wo die sind. Also wenn jemand quasi offiziell unterwegs ist und denkt, ja, warum nicht? Und du bist halt gerade auf dem Weg zur Royal oder sowas. Und dann siehst du, ach was. Brownie rennt gerade vorbei. Kannst du mit Facebook machen. Wie, das ist da? Facebook hat die Funktion, ja. Ach du Scheiße. Du kannst gucken, wo deine Freunde sind. Du kannst aktivieren, ob dir Freunde in deiner Nähe angezeigt werden. Aber eigentlich nur fair, weil wenn sonst immer die ganzen Firmen wissen, wo du bist, dann kannst du jetzt auch mal deinen Freunden sagen, wo du bist. Also wenn du es zeigen willst. Okay, coole Idee gibt es schon. Was hatte ich denn gerade? Ich hatte das mal mit einer anderen Idee. Oder wer gerade geil ist und wenn nicht. Das ist jede andere App. Von Tinder über Bumble, Parship.de. Dann siehst du halt immer so ein Hörnchen und so ein halbes Hörnchen. Kommt jetzt auf. Weristgeradegeil.de Aber alle sind zu Hause. Denkst du, warum sind dann alle zu Hause geil? Geile Singles aus deiner Umgebung.de Kommen nicht raus. Aber einfach die Vorstellung, dass du so denkst, sonst sagt man, ja klar, jeder hat schon mal ordiniert oder irgendwas. Und dann gehst du rum und siehst auf deiner App, geil, die sind alle gerade geil. Und dann klingelst du bei denen, weil du weißt, jetzt bist du interruptmäßig unterwegs. Klingelst du deswegen manchmal nachts bei mir? Ich bin das gar nicht. Ich hatte überlegt, das ist mit so ein bisschen Stile von Gamification. Also wir machen ein Spiel aus allem. Ich habe gerade schon wieder eine Idee gehabt, aber erzähl. Als Sport-App zu machen namens Hase und Jäger. Das klingt auch schon wie bekannt. Also du gehst über die Google Map. Ja. Und wenn jemand anders registriert bei deiner Position ist, bekommst du entweder einen Zielort, wo du hin musst, oder die Personen, die du fangen musst. Aber es gibt doch diese City-Riddles und sowas, wo du halt irgendwie in der Stadt Fragen lösen musst und quasi Mr. X suchen musst. Und es gibt halt einen Außerkoren und dann rennst du halt immer rum. Und du bist mit deinem Handy die ganze Zeit am rumrennen, weil du musst relativ schnell dann halt irgendwas fragen. Ist Mr. X gerade geil? So. Apropos mit Klingeln, da habe ich gedacht, wie geil, dass wir bei Mehrfamilienhäusern oder bei Hochhäusern und sowas überall so Fingerabdrucksensoren drauf sind. Du bist natürlich gespeichert als ich darf rein, aber alle anderen sind auch gespeichert, dass du nicht hörst, es klingelt, sondern Ding-Dong, Klaus klingelt, Klaus klingelt. Und du siehst halt kein sowas. Das musst du gar nicht mit Fingerabdruck machen. Ich glaube, ein NFC-Reader passt da auch. Ja gut, da müssen ja aber alle ihr Handy dabei haben. Wer hat denn sein Handy nicht dabei? Ich jogge habe ihn nicht dabei. Ja, aber wie oft gehst du bei jemandem lang? Nein. Wenn du joggst. Nee. Stehst hechelnd an der Tür. Er joggt. Ach so, deswegen. Nee, dann ist er gut. Ja, gut. Oder du hast so die Möglichkeit, es gibt ja mittlerweile Fenster, die von einer Seite sichtbar, blickdicht sind und von der anderen Seite nicht oder die können milchig sein. Klassisch im Verhörraum in amerikanischen Polizeifilmen. Von einer Seite halt dann milchig und von der anderen doch durchschaubar. Und dann vielleicht sowas wie... Von beiden Seiten milchig. So. Und dass du zum Beispiel wohnst halt in so einem Mehrfamilienhaus oder auf jeden Fall, dass das viele Fensterscheiben in deine Richtung sind. Und manchmal Nachbarn halt irgendwie eklige Sachen am Fenster machen, die du nicht sehen willst. Und du kannst per App dann halt... Manchmal eklige Sachen machen, die ich sehen will. So. Du kannst per App einstellen, welche Nachbarn du sehen möchtest und welche nicht. Und wenn du rausschaust und irgendwie so... Hans Pimmelmeier macht halt wieder Stretching nackt vorm Fenster. Absolut milchig, nur für dich. Er sieht es halt nicht. Irgendeiner gegenüber von meiner Küche. Ein Typ stand neulich unten ohne, aber mit T-Shirt am Fenster. Nice. Kein guter Look für Männer. Ja, und da hättest du dann, wenn App aktiviert wäre, wäre... Und dann hättest du es nicht gesehen. Oder beziehungsweise halt nur so milchig. Das ist auch nicht gut, ne? Das braucht halt zu viel Peripherie. Also ich mag die Idee schon ganz gerne, aber da bräuchte halt jeder diese Smart-Fenster. Ja. Bevor wir da... Das via App machen können. Wie wär's denn so eine... Ich mag eigentlich die Google Maps Grundlage ganz gerne. Okay. Also wenn wir erstmal irgendwo hin und her gehen und irgendwas ange... Ich dachte auch von wo du Comedy gesagt hast, ob du das als so kuratierte App machen kannst, dass die Leute Sachen fotografieren, die sie lustig finden. Auf der Straße. Ja, aber die Masse ist ja unlustig. Wie Notes of Berlin. Aber die Masse ist ja unlustig. Also die Masse hast du dann halt so einen Mario-Bart-Humor. Ja, aber guck mal auf der YouTube-Trending-Seite. Mach das mal lieber nicht, Alter. Krass, mit Zahnpasta an der Türklinke. Mega-Prank-Fail. Ja, ja. Und dann halt irgendwelche bösen Ghetto-Rapper, die dann halt irgendwie ihre Entourage, also ihre ganzen 16-jährigen Fans so haben und sagen, ich bin nur am Töten und Ficken und Trainieren. Und denkst, ja, aber deine Fans sind 14. Das ist Banesflieger. Und Boden in der Vorstadt, ja. Ich hab gerade gedacht, wie in Großstädten, wie das so wäre, du hättest so einen Touristen-Warner. So, du hättest halt irgendwie alle... Ja, ja. Und du wüsstest halt immer, rot, da bündelt sich gerade echt Haufen Tourismus. Und da willst du halt nicht lang. Das ist auch eine gute App für Taschenliebe. Ja. Wir meiden, er orientiert sich danach. Boah, ey, 17 bis 18 Uhr Warschauer Straße und danke, App, reich ohne Ende. Können wir noch anzeigen lassen, wie viel Bargeld die Touristen bei sich tragen? Naja, oder halt einfach hier diesen NFC oder irgendwas, diesen Datenklau, wo du halt einfach nur in der Nähe sein musst. Und die wenigsten haben ja, obwohl es ja immer mehr empfohlen wird, diese komischen Blockkarten, die dann halt auf Fernsignale plötzlich sagen, Stör, blabla. Habe ich auch schon überlegt, ob ich mir mal sowas hole. Hast du das mal? Ich glaube, es ist nur interessant, wenn du öfter auf internationalen Flughäfen bist. Ich weiß jetzt nicht, ob du auf A. Ich habe ja auch keine Karte, die mit NFC funktioniert. Aber du hast doch ganz normale Kreditkarte, nicht? Das müsste ich erst aktivieren. Du musst es aktivieren? Okay. Bei meiner Bank muss man es deaktivieren, sonst ist es immer dabei. Nee. Bei dir muss es aktivieren. Aber meine Kreditkarte ist auch schon ein bisschen älter. Aus Holz. Nee, ich habe die jetzt nicht. Die klassische aus Metall. Auch so, dass ich irgendwie, ich musste dann mit der Telefonnummer mit irgendeinem hinterlegten Pin das erstmal fürs Telefon aktivieren, dass ich damit via Kreditkarte zahlen kann. Und dann dachte ich auch, nee, ist mir zu aufwendig. Ja, krass. Aber Touristen angezeigt, finde ich auch gar nicht schlecht. Ja. Ja, da kannst du dich dann halt, also wenn du da wohnst in der Stadt, dann kannst du das immer meiden. Wenn du Tourist bist, kannst du dich daran orientieren. Ja. Und du weißt von wegen, Touristen sind in der Regel irgendwie eher so neugierig aufgeschlossen, würden dich jetzt auf Anhieb wahrscheinlich nicht bestehlen, sowas. Ja. So, und das ist ja eher immer den Einheimischen vorbehalten. Und dann kannst du sagen, geil, ich bin in einer Stadt, die würde ich gerne mal erkundschaften und im Endeffekt machst du es eh nach irgendwelchen Apps und sonst was, machst eh die Touristentour. Dann kannst du dich gleich auch den Affen anschließen. Oder du sagst, ach du Scheiße. Nachts schön auf Pubcrawling-Tour mit Timmy und 40 anderen Australien und Amerikanern. Uh, vielleicht ist das sogar so, dass man spezialisiert und sagt, nicht allgemein Touristen, ja oder nein, sondern auch noch so, dass man sagt, Touristen, feiernde Touristen. So, da kannst du dann auf jeden Fall, da weißt du ganz genau, da geht es ja jetzt nicht darum, ja, heute mal so ein bisschen, die sind immer so fremde Stadt. Die wollen kotzen, bluten, kacken, alles gleichzeitig so. Naja, also bei vielen, sag ich jetzt nur so. Der alte Lampe-Mix. Und da vielleicht so ein Fenster von wann bis wann Alterspande, dass du nicht plötzlich da stehst und sagst, was geht? Und vor dir sind halt so 15, 14-Jährige. Richtig viel. Und du denkst, oh scheiße, ey. Na, wir gehen gleich ins Matrix, da wird der Berlin-Tag und Nacht gedreht. Ja. Oh, geil. Hast du mal gesehen, wenn die Touri-Busse da vorhalten, wenn die da halt die Kinder da rausstellen. Aber das ist richtig wie so ein Viehtransport, fährt ein richtig so ein fetter Reisebus direkt vor die Tür von... Erinnert mich an die Klassenfahrt nach Lorette-Mar. Aber da wurdet ihr bis zum Club gefahren? Ne, aber irgendwie, wie war denn das? Ne, Lorette ist ja klein. Aber als Lehrer ist es doch perfekt, du schickst die alle in einen Club, die sind alle beisammen. Ja, da frage ich mich, ob das so Klassenfahrten sind oder ob das einfach so Jugendfahrten sind oder so, wo es gebrochen ist, so zwischen 17 und 19 oder sowas. Und die fahren halt da hin und haben so ein Komplettpaket. So der Eintritt ist drin, zwei, drei Freigetränke, alle unter halt die harten, also Bier oder sowas oder so ein Alkohopop-Scheiß. Aber wenn du siehst, wie die also massenweise so reingedrückt werden und dann halt auf die Türsteher mit so leicht verdrehtem Auge denken, jetzt ist Kinderstunde hier. Aber die sind eigentlich... Gut, aber sonst wäre gar nichts los. Ich wollte gerade sagen, die sind ja von den wirtschaftlichen Gedanken, das ist ja total clever. Du sagst, wir haben halt Kinderdisco bis um zwölf oder so. Aber vielleicht kannst du es auch tatsächlich so machen, also die App dafür benutzen. Ja, ich weiß auch nicht, was hier... Ja, es stockt ab und zu, aber es nimmt weiter auf. Ja, ich gucke mir das in Romanen nach alles. Also wir sind beide Dirk, oder was sehe ich jetzt gerade erst? Ja, ja, wir haben nur ein Mikro. Nice! Sind wir beide Dirk. Dass du diese Touristenströme nimmst, auch um die Touristen zu lenken. Achso, du meinst andere locken, also Touristen locken Touristen an? Nee, nee, nicht Touristen locken, sondern die Gastro locken Touristen an. Wenn du halt, dass du die Leute besser auf die Stadt verteilen kannst. Wenn du halt guckst, okay, die gammeln alle an der Warschauer Straße ab, dann sagst du als Bar, okay, wir brauchen hier ein paar Frauen zwischen 23 und 30. Und dann schickst du allen Frauen zwischen 23 und 30 fürs Schlesische Tor eine Einladung zu Cocktails. Zwei für einen. Ja. Aber meinst du nicht, dass auch ganz schnell irgendwelche Touribots auf den Maps unterwegs wären? Dass da gar keiner ist und jemand sagt, ich habe die geknackt und mein Laden ist immer voll, weil die dachten, hier sind zehn Touristen. Und dann sind sie da und da ist gar keiner. Deswegen musst du anklicken, dass du kein Roboter bist. Welches auf diesen Bildern ist kein Auto? Gott, ey, ich kann das nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich das... Zumal es gibt immer so eine Vielleicht-Dinger, wo du denkst, hinter dem Busch ist ein Haus oder ein Bein. Zählt es? Ist da, wenn noch der Pfosten von der Ampel drauf ist, ist das eine Ampel? Und jedes Mal sind sie sich davor und denken, bin ich vielleicht ein Bot? Hm. Ja, geil ist ja echt, wenn du es zum vierten Mal anklickst und dann falsch. Ja. Falsch. Falsch. Nix. Was? Du bist ein Roboter. Ja. Sagt mir ein Roboter? Oh Gott. Wasch dich. Muss ich nicht. Ich bin ein Roboter. Ja? Ja, die ferne Zukunft des Jahres 2000. Punkt. Ja, okay, aber egal. Also ich meine, jede App wird wahrscheinlich geknackt werden können oder verarscht werden können, aber dann haben wir den Namen. Also ich meine, wenn wir das Ding präsentieren als Pitch, wir müssen jetzt ja nicht als Firma, sondern als Pitch denken, ich glaube, man präsentiert erstmal eine Situation, die doof ist und dann sagst du, wie kann man es besser machen. Also dieses klassische Altersproblem. Genau, Altersprobleme. Wieder wie das Problem, was die E-Scooter lösen. Ja. Die Leute fahren zu viel mit dem Auto, deswegen geben wir ihnen E-Scooter, mit dem sie drei Kilometer ohne Gepäck fahren können. Ja, sehr, sehr gefährlich und es gibt schon zahlreiche, richtig massiv schlimme Unfälle. Alltagsproblem, du bist als Tourist ahnungslos in einer fremden Stadt. Also man könnte ja sagen, wir präsentieren uns so, dass der eine erzählt, ich war gestern bla 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 und sagt von negativ schade und der andere, ich war bla bla und gut oder einer ist der Erzähler und der andere spielt halt alles. Die Frage ist, was kommt besser an? Ich mag das negativ-positiv-Beispiel ganz gerne. Dass einer spielt und der andere spielt auch? Ja. Okay. Ja, okay. Das heißt, die Sache ist aber auch, okay, wenn du das bei solchen Leuten machst, man muss relativ, also ich glaube, das ist ja das Gute, weil man fängt auch so mit so einem wirklichen Problem an und man hat Humor. Ja. Weil man spielt, man könnte das jetzt irgendwie einfach so am Bildschirm zeigen, das kriegen wir in der Zeit jetzt nicht irgendwas gebastelt, sondern gespielt ist immer ganz gut, vielleicht kriegen wir noch halt irgendwie so ein paar Bilder aus dem Netz, Pauschalding, dass du halt irgendwas zusammenklatschen kannst. Ja, ja, das sind gute Stockbilder, finden wir. Ja, genau. Ich saß neulich vorm Salat und ich fand es so lustig. Ja, das ist ein lustiges Salat. Salat. Ja, okay, also dann würde, ich würde irgendwie anfangen, oder willst du anfangen? Ich würde so anfangen, ich würde sagen, Klaus, ich bin Dirk, folgende Situation, erstmal Stimmen aufbauen, das ist klar, kannst du vielleicht im Hintergrund irgendwie mit deiner Triangel irgendwas machen oder so. Ich nehme so eine Donnerpappe. Genau. Das ist in einer fremden Stadt, in einem fremden Land, als Tourist. Und sie haben sich jetzt so ein paar Sachen angeschaut, aber irgendwie haben sie das Gefühl, sie sind so alleine, da fehlt diese Energie, diese Grundenergie und rennt halt rum. Ach nee, jetzt beschreibe ich eher das Problem und nicht mich. Ich muss ja meine Geschichte erzählen. Also von dem, ich fahre in einer fremden Stadt, fremden Land, renne rum, schaue mir ein paar Sachen an, ganz normaler Tourist, aber es ist traurig und langweilig, ich weiß gar nicht, wie die großen Hotspots sind, ich orientiere mich an irgendwelchen Empfehlungen von verschiedenen Seiten, aber ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert und ende ganz traurig an einem Späti in Helsinki. Das ist mein Abend. Traurig, aber wahr. Ich wurde noch ausgeraubt, weil ich nach dem Weg gefragt habe und dann hieß es, ja, das kostet aber ein Handy und ich habe es geglaubt. Das ist bei Helsinki-Preisen gar nicht so unwahrscheinlich. So. Ich hingegen reise immer mit Nussio. Nussio. Aber wir hatten ja noch gar keinen Namen. Stimmt. Tja, jetzt sind wir eingebacken. Gut, dass wir auch gar nicht immer abgestimmt haben, ob es das ist, sondern du sagst und bummst. Ist ja ganz gut, wenn wir beim Pitchen, wenn ich sage, was soll Nussio sein? Unsere App, du. Wollt ihr euch erstmal abspricht? Du bist ruhig, Kollege. Schön mit dem Finger auf die Lippen vom möglichen Heiligen. Ich hatte gerade ein Zwei-Mark-Stück in meiner Hand. Die ersten Herpes-Bollen öffnen sich. Nicht drüber reden. So, okay. Nicht über zwei Mark-Stücke reden, sonst beschwören wir die AfD. Ja, auf jeden Fall war ich mit Nussio unterwegs und der Vorteil bei Nussio ist, früher bin ich auch mal in Städte gereist und habe mir so eine Tour in so einem Hop-on-Hop-off-Bus genommen, aber Nussio ist mein praktischer Begleiter und zeigt mir, wo gleichgesinnte Touristen sind. Das heißt, ich kann einfach ganz entspannt in meine Airbnb-Wohnung, lasse mich von meinem Uber-Fahrer zum nächsten Nussio-Hotspot fahren. Ist Nussio also eine sehr komfortable App, Klaus? Ja, Nussio ist vor allem für Touristen eine komfortable App. Es zeigt ja Hotspots in verschiedenen Nuss-Kategorien an. Walnuss für große Hotspots. Nice. Haselnuss für Underground-Spots. Cashew-Nuss für Fake. Teure. Ah ja, für Fake-Hotspots, genau. Fallen nie wieder auf Cashew-Nüsse herein. So. Mit Nussio. Nice. Pekanuss für besonders edle, teure Hotspots. Oh. Paranuss für die richtig Wahnsinnigen unter euch. Erdnuss für die... Ja, danke, bitte beende diese Nuss-Metaphern. Nein, nein, wir haben noch drei Nüsse. Erdnuss-Butter, wenn es ein bisschen länger dauert. Vielleicht soll man inzwischen so einfügen, wie viel... Das Thema geil wird bei sowas, wenn es so auf eine spezielle Sache orientiert ist, hier immer gerne mit so Pauschaldaten gehauen. Ja. Weltweit sind jedes Jahr 50 Milliarden Menschen als Touristen unterwegs. Das ist ein Markt, in dem wir mitmachen und spielen wollen. Irgendwie so eine Scheiße. Wo du denkst, hä, das hat doch gar nichts. Aber das ist erstmal eine Zahl. Und die ist erstmal nicht falsch. Das ist auch ganz gut. Stimmt denn diese Zahl? Ja, Herr Marschmeyer, diese Zahl stimmt. Ah gut, dass ich das nochmal... 50 Milliarden Touristen. Davon können wir ja ausgehen, bei 10 Milliarden Weltbevölkerung. Ja, jedes Jahr. Jedes Jahr. Weil manche ja öfter fahren. Es werden immer mehr reich. Sehr viele Leute haben mehr als ein Smartphone. Das heißt, sie können sich die App zweimal installieren. Ja, gut. Und Nussio würde das ändern. Und nun hier unser Gedanke. Die App ist erstmal kostenfrei für eine Woche. Das heißt, wenn man jetzt einen Ausflug irgendwo gemacht hat und das in der Kürze der Zeit mal genutzt hat, ist man davon überzeugt. Und dann wird man das irgendwann eventuell nochmal nutzen. Und dann ist man in der Abo-Falle. Ich hätte ja gesagt, die ist für die Nutzer sowieso erstmal kostenfrei. Du kannst halt so ein... Also nicht nur eine Woche, sondern in der Basisversion kostenfrei. Also wie die meisten Dinger, die Geld... Genau. Und dann nimmst du ihn für so eine Pro-Version. Diese drei Prozent, die das Ganze finanzieren. Ja, halt irgendwie so, gar nicht viel, so 99 Cent im Monat oder so. Und gibst ihn halt dadurch verschiedene Optionen. Irgendwie zum Beispiel in der Nussio-Version zeigt es dir immer den Hotspot an, zu dem du jetzt gehen sollst in deiner Nähe. In der Nussio-Pro-Version kannst du Nein sagen und dir einen anderen aussuchen in deiner Nähe. Ja, und da wird dir dann wahrscheinlich auch so Tendenzen gezeigt. Aufgrund der Erfahrung der jetzt, weiß ich nicht, letzten zwei Monate Touristenzeit in Berlin zu dieser Uhrzeit, passiert meist demnächst das. Das heißt, du kannst so zukünftig eventuelle Ströme sehen, wo die Leute hin, dass du sagst, okay, jetzt online-ir ich nochmal eine Stunde, aber in einer Stunde gehe ich halt dann, keine Ahnung, ins Berghain, gucke ich mal, ob es tendenziell dann schon was geht. Und nicht erst, wenn ich dann schaue, weil dann muss ja sehr, manchmal ist man ja nicht spontan, sondern möchte man sich einstellen auf, keine Ahnung, die Kathedrale oder sowas. Und das kann man nur mit der Pro-Version. So, zum Beispiel. Und wir können ja auch dann die Geschäfte, die sich da als Nussio-Spots, als Nusslieferanten, als Studentenfutter oder wie auch immer, registrieren, um halt gezielt Touristen anzulocken. Die müssen natürlich auch zahlen dafür. Ja. Und wir haben so wie hier Freeletics und die ganzen coolen Sachen, wenn man sich begrüßt, gibt es so eine Nussio-Begrüßung. Oh, geil, ja. Dass man halt irgendwie so eine Faust macht wie so zu einer Nuss und dieses klassische, keine Ahnung, Martial-Arts-mäßig, wenn die andere Hand draufkommt, aber das macht dann der andere. Man macht nur die Faust und der andere greift die in die Faust rein. Sehr schön unangenehm. Wie so eine schlechte, was denn mal bei diesen Gags, wenn einer versucht einen High-Five, der andere macht eine Faust, will eine Ghetto-Faust machen, das ist dann irgendwie sowas. Und da ist aber bewusst gewählt, dass halt so, und so begrüßen sich die Nussis. Nussios? Nuss? Nussionistas. Nussi... Gottes Willen. Die App zeigt dir aber auch, damit es nicht so peinlich ist, an, ob du die Faust bist oder die Hand, die man drauflegt. Nice. Obwohl, ja, und das kann halt auch in diesem, in dem Kontext genutzt werden für Fikifiki. Ja, 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 finde ich gut. Können wir gleich expandieren in die nächste App, die dir um dieses Ghetto-Faust und High-Five-Ding zu vermeiden, die zeigt dir an, wie dein Gegenüber sich gerne begrüßen möchte. Du trägst halt einfach ein, wie du dich am liebsten begrüßt. Uh, was, wenn du den auf jeden Fall haben willst, und beide sind die Hände, also beide sind die... Ja, das... Okay, gut, streich die App. Also diese Option? Das ist ein fernes Menschheitsziel. Nein, okay. So, aber dann würde ich sagen, ja. Das wäre schon ganz... Und dann gibt es natürlich auch als Abo-Fraggles, werden dann halt immer so Nussio-Events kreiert später, die dann so angelehnt sind an dieser Scheiße, die wir damals gemacht haben oder miterlebt haben, ans Pubcrawling. Und wir sind aber nur Organisatoren, also wir haben nichts damit zu tun. Gehen auch nicht mehr zur Kneipe hin und handeln die Preise aus, sondern wir haben vorher halt einfach nur gesagt, willst du da mitmachen als Bar, Lokalität etc., willst du ein Nussio-Spot werden. Wenn du ein Nussio-Spot werden willst, kostet sich das halt. Genau, die Bars können auch ein Abo bei uns abschließen. Ist natürlich ein bisschen teurer. Hast du schon erzählt das? Ja, die Nuss-Spots machen das. Du kannst natürlich auch, und dann hast du auch so tagsüber so ein Nussio-Kultur-Abo, in welche Museen sind gerade beliebt. Kannst gucken, so alle gehen ins neue Museum. Ja. Gehe ich auch hin. Oder du sagst halt dann gezielt, nee, wenn alle im neuen Museum sind, gehe ich ins Pergamon und helfe bei den Bauarbeiten. So. Oder es gibt dann halt so Korrespondenz, weiß ich schon, Kooperation mit irgendwelchen Supermärkten. so, also da hast du halt die Nussio-App und bist gleichzeitig eigentlich, musst dich genauso anmelden. Und im Endeffekt hast du die Lidl-App drauf. Ja. Du hast halt getarnt und sagst, ich will die Lidl-App, so wie ich. Ich denke immer, ich will das nicht haben. Aber jetzt Nussio, dann sagen sie, haben sie ihre Lidl-Karte oder ihre Nussio-App dabei? Ja, es geht hier auch an unserem Lesegerät für die Nussio-App. Danke, sie zahlen jetzt drei Prozent mehr. Genau. Geil. Und die BVG macht da mit und, ja. Du kannst auch dann für die Bahnfahrt oder für einen Flug nach Hause, kannst du gucken, ob ein anderer Nussionista mit dir nach Hause fliegt. Dann könnt ihr euch im Flieger über die Stadt austauschen, aus der ihr gerade kommt. Nice. Ja, ich würde sagen, die perfekte App. Es ist ein ziemlich langer Pitch. Vielleicht müssen wir am Pitchen mal ein bisschen schrauben, dass wir das halt irgendwie kürzer halten. Beziehungsweise das würde ja natürlich dann, hätten wir alles durch Fragen erklärt. Wir hatten kurz die Geschichte erzählt. Bei mir Helsinki, schade. Bei Klaus, Bottrop, Kirchhellen. Mega. Geil. Giga, wie man dann sagt. Ich war im Nussio-Hotspot zur Gisela. Geil. Currywurst, Bude, Frittensalon und Kneipe in einem. Frittenfett satt. Da wird das Flens noch, beziehungsweise was trinkt man denn da? Hansapilz, ich weiß nicht. Da wird auf jeden Fall das Dab wahrscheinlich. Dortmunder Aktienbrauerei. Das Dab wird da noch ins heiße Frittenfett gehalten. So aus dem Friezer kurz ins Fett. Vergiss frittiertes Snickers, frittiertes Dab. Ja. Nice. Aber nur für Nussionister. 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 Ja. Wen hätten wir denn vor uns? Wen hätten wir denn? Ja, und jetzt müssen wir auch noch sagen, die sagen doch dann immer von wegen, wir bieten 10% Firmenanteile für 2,7 Millionen oder sowas. Also, ich würde sagen 6 Millionen für 10%. 6 Millionen für 10%. Und dann würde jemand sagen von wegen, Sie kalkulieren Ihre Firma mit 60 Millionen oder sowas. Wir kalkulieren unsere Firma mit 70 Millionen, aber wir können nicht gut rechnen. Okay, schön. Ich ziehe immer diese 10% nicht ab. Ach so, nein. Das war jetzt ein Scherz. 60 stimmt schon. Wen hätten wir denn da? Du kennst dich doch dabei besser aus. Ich meine, wenn, dann wäre es doch cool, wenn wir so international hätten. Also, ich weiß nicht, Maschmeyer willst du doch nicht an deiner Firma beteiligt haben. Nein, Maschmeyer ist das Ziel. Oder wie heißt das Gesicht? Ich habe immer vergessen. Frank Thelen. Frank Thelen. Nee, so Waschlappen wollen wir nicht haben. Wir brauchen richtig diese ganzen Venture-Kapital-Banken. So, Leute. Also, jetzt nicht irgendwelche bekannten High-Typen. Nee, wir brauchen hier Major-Player. Nee, ich meine, das sind doch Major-Player, wenn ich überlege hier den... Ach, was? Aber die High-Typen... Also, ich meine, die amerikanischen High-Typen sind ja Milliardäre. Die Deutschen sind ja irgendwelche Millionäre. Lächert, das reicht uns nicht. Was kommt denn da nach? Nein, Millionäre reichen uns nicht. Bezos-Typen? Also, ein paar von den USA. Ja, Bezos. Bezos zum Beispiel. Wir müssen aber... Dann müsste auf jeden Fall irgendwie... Wir reden nur mit Bezos, Musk und Cook. Und unser Zeichen ist halt irgendwie eine Eichel. Irgendwie, dass wir ihn kriegen. Irgendwas Pimmeliges. Ja. Ja, das sind die guten Eichel... Dann würde ich den Gruß, glaube ich, auch ganz toll finden. Weil der geht halt richtig so, dass du sagst von wegen, nicht zur Seite, sondern muss auf jeden Fall hoch. Und dann... Ja. Und du musst die Faust langsam heben. Ja. Ja. Wie durch einen Widerstand. Und wenn sich halt alle getroffen haben, dann richtig schnell. Ja, ja, ja. Und wenn dann einer dazukommt, dann stehen nur alle mit diesen gereckten Fäusten und alle mit Pitsch, 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 die Hände einmal drüber. Und alle schreien, ja! Wie bei diesem komischen Comic. Dieser Weihnachtscomic, der französische Weihnachtscomic, wo dann irgendwie ein Weihnachtsmann und eine Weihnachtsalien da irgendwie aufeinandertreffen und dann explodieren. Und dann fallen die ganzen Geschenke und die Bären und sowas vom Himmel. Ja, ja, ja! Ne? Was? Timo weiß, was ich meine. Ja, Timo. Ja, gut. Mensch, ich kann langsam nicht mehr. Wie sieht es bei dir aus? Es ist ganz schön warm hier. Ja, ja. Was machst du heute noch? Ich versuche jetzt nochmal zu schreiben, um meine Aufmerksamkeit ein bisschen hochzuhalten und dann baue ich weiter an meiner City Skylines-Stadt und regle den Verkehr. Was machst du? Sowas wie SimCity, aber in gut. Wie, SimCity war damals ziemlich geil. Ja, aber... Aber du kennst noch Railroad Tycoon? Ja, Railroad Tycoon ist das etwas passendere. City Skylines ist nämlich tatsächlich eine Simulation. Also nicht wie SimCity, dass die Leute immer irgendwo hinschickt. Ja. Also jeder Sim geht zum nächsten freien Arbeitsplatz und geht danach in die nächste freie Wohnung. Und bei City Skylines hat jeder seinen festen Platz in der Stadt. Und dadurch hast du halt Verkehrswellen. Und wenn du halt alle Leute über eine Straße zur Arbeit fahren lässt, dann hast du ein Problem, weil keiner zur Arbeit kommt. Und dann bekommen die Läden keine Waren. Spielst du am Rechner oder auf dem NES? Ja, am Rechner. Auf dem NES. Auf dem NES. Oh, diese 10 Prozent, das ist mir nur unangenehm. Was? Nein, das war von mir ein Scherz. Das stimmt schon. Ja, aber ich bin reingestiegen. Ja. Achso. Ja. Gut. Wenn ihr uns 10 Prozent für 6 Millionen abkaufen wollt... Meinst du? Wir würden dann auch... Du hast eingangs ja gesagt, wir müssen da schon zwei Jahre dran... Aber trotzdem haben wir uns jetzt so ins Knie geschossen, weil wir halt so eine Scheiße haben, die ich hassen würde. Wir fahren von Stadt zu Stadt und reden mit irgendwelchen Museen. Wieso mit Museen? Museen und Bars. Kultur und Dab. Ja, sicher doch. Was willst du denn mehr? Schwatte, glatze Haare. Glatze Haare vor allen Dingen. Sind da Haare noch glatt? Guybrush? Guybrush? Nee, also weder glatt noch schwarz. Oh, dieses schwarze Spray, das war echt ganz schön räudig. War das sowas, was man dann auskämmt oder war das... Du wäschst das raus, aber du musst das dreimal waschen, bis das Zeug rauskommt. Also es ist halt wie eine Mischung aus Haarspray und Lack. Ich hoffe, du hast ein Casting danach. Nein, ich färbe nicht. Alles klar, Herr Schröder. Also lieber glatze als so. Lieber glatze als so. Fünnüsse.gmail.com Ja, Fünnüsse. Ach, scheiße. Fünnüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube. Oder Podcast-Apps und Add Fünnüsse-Pod auf Twitter. Und ansonsten bleibt Kühl. Ja. Weißt du, dass du ziemlich oft sagst, wir sind schon bei einer Stunde. Und wenn ich es dann geschickt bekomme, sind es dann halt irgendwie 58 Minuten. Und ich so, hä? Das muss doch eine Stunde zehn sein. Ich gebe uns eine Vorwarnung. Außer man kann es immer auf 110% Geschwindigkeit laufen. Ah, okay. Das wäre immer so andere wie die Chipmunks, oder was? Hast du jetzt eigentlich... Hast du eigentlich den... Dieses Casting mitgemacht? Hier, Wischen wie Walter? Ja. Hast du mitgemacht? Ja. Und gab es da schon... Ich hatte halt irgendwie gedacht... Nee, es gab irgendwann die Erinnerung. Wollen wir das Off-Air machen? Ja, okay. Tschüss.